Willkommen liebe Leute Willkommen wieder Scheiße Hey Leute Ich bin der Hauptnahrers Benni von die Badezappen Guck mal, wie findest du meinen Schlafanzug? Ziemlich sexy Das sieht ja aus... Das Muster sieht ja aus wie meine Haare im Story Modus Hier Leute, ich bende euch kurz ein Bild ein Das war meine Schwester, das war ich nicht Jun, ich kann ja nichts machen Du bist einfach viel zu fett Ich weiß Hallo Du Haus Hä? Ich will... Ich will lecker lecker am Jam Jam kaufen, hallo? Hallo erstmal Alter, wo ist es denn hier? Ich kann nichts machen Nö, ich will die zusammenschlagen Ich glaub die mag mich nicht Seht ihr in der Motorrad fahren? In drei Sekunden nicht mehr Zwei Und tschüss Hoppala Hoppala Ich sag immer Union-Kanrone Union, die deutsche Union Onion-Kanone, die Zwiebel-Kanone Ich hab 9000 Dollar bekommen Das heißt, er hatte wahrscheinlich Kopfgeld Ja, das war mein Kopfgeld Was ich auf ihm drauf gesetzt hatte Ja? Ja, wirklich Ach, ah, jetzt, jetzt, hä, ich konnte grad Snacks holen Hä? So, wir müssen... Nee, deine Toße machen mich nicht Das dann machen Nein Du bist ja drin, also Nein Ich wollte Snacks kaufen Warte auf, erstmal eine Tüte Gummibärchen Oh nein Mann Ich werde kurz raus Ich werde kurz raus Ach, Alter Das ist ja perfekt Oh Gott sei Wo ist der? Wo ist der? Das ist voll weit weg Nee, das ist bei der Base Und wo Da stand da... Stand da Beschäftiger zu stürmen Oder was? Da stand bestimmt Beschäftiger zu stürmen Ich hab's nicht tun Keine Annäherungsmittel Weißt du das? Wie... 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 Oh... Beschädig... Ach... Beschädig... Wieso... Wieso erfahren wir jetzt mit dem Panzer dafür eigentlich? Der wird dann gestoßen? Oder machst du halt mit... Ah... Annäherung... Nee Hau mal auf den... Ich schieß nicht Warum musst du nicht mit mir die Kopter holen? Ich hol dir meinen Führer Aber da steht ja auch nur Beschädig... Ich hol mir jetzt mal... Irgendwas Ich hab jetzt irgendwas gehört Ich hab keinen Plan... Bist du ausgestiegen? Ja Hilfe... Oh ja, da ist er ja Ah, das ist das Jetpack, das ich mir holte Nice Alter, das ist... Okay, du kriegst erstmal eine Raketenwaffe auf den Ich will jetzt mal 10 Kilometer laufen Aber alles gut Nein, bitte nicht mein Jetpack Bitte... Bitte nicht mein Jetpack Nein Komm mit, wir steigen meinen Hunter Ja... Ja... Wo bist du denn? Die Feuerwehr... Ich renne mit mir rüber Weil das ist auf der anderen Seite Vor allem weil diese Drecksautos hier hin umfahren Warte, der fliegt grad über uns Ich bin einfach... Ich bin einfach barfuß Ich auch He... Bist du hinten ein? Hä, bin ich sogar nicht So... Okay, er ist genau geradeaus Siehst du ja Oh, ich hab die Kamera Och, ich hab nur ein MG So, ich hab Raketen Das ist ja langweilig Warte, ich beschädige ihn Reicht das? Nicht abschließen Achso, jetzt sagen wir Ich fülle den Jet So ab... So ab... Achso, ab... Und ich kann nur mit dem reden Und... Bananen, Alter Ja... Ich werde... Ja... Ich springe natürlich Ich hol's Achso, hol, hol, hol Ich hab kein Fallschirm Also ich hol dich ab Dann lass ich dich runter, okay? Also ich hatte ein Fallschirm Aber... Oh, ich bin auf dem Jet Seat Nice Ich hab's Bla... Kommst du zu mir? Ja, ich schwimm grad nach oben Dann... Flieg mal Richtung Basis Und hol mich da Nicht da Oh, oh Da kommt einer mit Kopfgeld Und über mir ist einer Ein Helikopter Ja, er tötet... Er will mich... Er will mich töten Lande, 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 lande doch Hab ihn Nice Guck mal, da kommt doch noch einer mit Kopfgeld Guck mal Den können wir doch mindestens nochmal ab Ab Du kannst doch abschießen Wo müssen wir hin? Ja, das ist ja alle Punkt Ja, außerdem ist der Helikopter echt schnell Nein, wo fliegst du hin? Ist doch richtig Nein Doch Ich will aber den Typen auch überlegen Okay Ist weg Ich hab die Wuppe verlassen Ach, come on Das ist mir leid Das ist ja in seinem Haus Okay Komm Schleck mich doch Oh, was zum Abknallen hier? Ist ja langweilig Das sind aber auch irgendwie immer die Kiddies mit den Helikoptern von Lande-Kanzler Ja, was haben wir denn früher gemacht? Äh, 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 komm mit mir auf die Tupik-Bahne! Uhhhh, jaaa, sprinnn Uhhh, jaaa Ah, ich hab stört Wenn stirbst du eigentlich mal nicht? Hm Hmm. Boa, das ist ja gut, wie ich bin. Ich bin, wie ich bin, wie ich bin. Bis zum nächsten Mal.